also das hast du für riesen hallo ich bin doctor ich krieg das wieder hin ja okay wir wollen gesichtschirur dann viel spaß beim duschen und beim film nach nicht das hier sagt wieder drei zuschauer aus dem chat raus der streamer ist dann ist es alles ein bisschen einfacher aber da kann floschi mich dann natürlich nicht hören da habe ich nicht discord mit verbinden ich halte auch nur betrunken mit mir selber aus eigentlich bin ich immer dicht mit mir da merkt man das nicht kann das mit jemanden klippen und die ersten 56 schuss die daneben gegangen sind eventuell rausschneiden das wäre voll wenn die dosen auch eingeschmützt werden es ist sowas von zu wenig zu feile wieso verkehrt hast du tatsächlich verkehrt und ich wundere mich schon warum die zombies die geräusche aus der falschen höchst du bist so blöd das tut der im kopf weh schöner schuss hier ist übrigens noch ein kochtopf ich nehm den los da war eine mine es läuft ja wieder super dieses spiel willst du den sturm wirklich hören ja wuuuuuuu ich habe letztens irgendwie gehört hier im channel hatte irgendjemand seiner frauen ein cousin geschenkt total verrückt nein so war das ja gar nicht wirklich schon wieder hallo was war das ein zombie keine ahnung was das ist also was ok 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 da schauen wir noch da schauen wir noch what the fuck was tust du da weil die startet aber auch echt immer was mache ich denn du musst doch die nase hoch machen jungen nein nicht runter uuuuch 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 nein alter ok jetzt jetzt habe ich es jetzt habe ich es ich habe es alles gut ich habe es leute entspannt euch ich bin gestartet ok es war ein bisschen häufiger und geier über uns ne meins war 1,2 ja ja englisch ok wer war das hast du es gesehen richtig du es hier in echt oder in spaß das wird nichts das habe ich mir schon gedacht ok fliegen wir rückwärten haa haaa auf jeden fall schüler über das fahrrad gestolpert das war dumm what the fuck ich hab's gesehen jetzt mal nachdenken weißt du aber erstmal nachdenken ich weiß das fällt dir schwer aber kommt das gerade in der erde verschwunden was mein peinlichstes erlebnis ist eine geburt ich will aufgucken ich würde auch gucken dann zu sehen wie viel hp das hat ja sekunde das ist das vor doch da wird sie nicht genau in die falle gedruckt das jetzt wieder aber ich weiß auch gar nicht ob ich die da unten rein rotzen soll weil ich brenne ich hätte einfach nur ein kleines stück dahinten ich hätte drei meter weiter buddeln müssen dann wäre ich hier den tunnel drin gewesen stattdessen wurde ich mir hier noch mal so ein scheiß gang rein ich kämpfe da nicht mehr gegen ich habe zu wenig hp ich will nicht schon wieder sterben alter nicht in der tür stehen bleiben dein ernst danach gut dann kam ich weiter okay ich hab dir jetzt auch gerade aber ich kann nichts gegen ihn machen steht so gut was wir haben mich denn gehauen oh mein gott oh mein gott meine waffe halbwegs brauchbarer community also eine größere kommen nein also du hast ungefähr 30 mobs hinter dir also ganz entspannt darfst du alle zeige zu sein versuchen wir gerade ein aufstieg zum dach zu bauen oder liegt ein zombie ich glaube ich mal drei schritte zurück nichts passiert poli das wäre jetzt ein double headshot das sind double headshot forged steel gibt es ja auch eine extra schmiede wahrscheinlich ne ich verstehe das kümmer wird sich leute ja aber hausi hat jetzt gerade nicht ganz unrein wir hatten eine mücke in der wohnung rechts über den kopf an der decke wenn ich mich sticht dann kriegt ihr auf die fresse nicht zu mir geh rüber nicht rüber böse mücke du meinst du kriegst du was zu lachen nicht